Ralf Schmitz ist bei mir und als Hackset & Speaker wird er uns kurz verraten, was er uns für ein Hack verraten wird. Komischerweise mache ich was zum Thema Affiliate Marketing und zwar zeige ich euch, wie ihr mit Affiliate Marketing eine Liste aufbaut, ohne eine eigene Webseite betreiben zu müssen. Danke, bitte!